moin moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge overwatch mit eurem brocken und der guten window maker jetzt gibt es action ein schuss ein treffer ein schuss ein treffer ich erinnere mich zusammenarbeiten wir müssen zusammenarbeiten unbedingt hallo der ist nicht versichert der ladenbesitzer mann hallo hier liegt die ganze war ihr scheiß alkoholiker hat doch mal auf hallo du sollst dich die hineinrichtung zerstören kranker und nein er hat es auch nicht hallo dieser typ ist eindeutig zu crazy höre jetzt auf damit man lasst die hineinrichtung ganz meine fresse der barbesitzer freut sich auch nicht darüber oh nein wenigstens läuft da jetzt vernünftig raus man macht nicht eine frage und versucht auch noch die knochen aller leute direkt am anfang zu zerschmettern hat dir mein kleines geschehen gefallen Ja, ja, ja. Nein, Leute, schießt auf sie. Und sein Schild sieht auch schon nicht mehr ganz so gut aus. Aber wieder auf der schönen Route 66 unterwegs hier. Die sexy Window Maker. Alter, vom wo? Nein. Was ist das für ein kranker Scheiß? Na, boah, schau mal nicht so, Digge. So fährt man das Ding, wenn ich kommt schon, das schaffen wir, das sieht doch gut aus. Dieses Mal weichen wir diesen Laserstreuer aus, ey. Oh, mein Ulti ist fertig, Jungs. Jetzt können wir gleich mal wieder... Wie steht's denn? Sie haben einen Telefon. Eine Stunde, auf der Schlaf. Was? Ja, klar, Junge. Er hat wahrscheinlich auch sein Ulti-Ready gehabt, ey. Anders kann ich mir das jetzt echt nicht erklären, dass der gerade mich so easy weggeballert hat. Er hat sein Ulti-100 Pro auch selber-Ready gehabt, ey. Tja, die Alte haben wir noch eliminiert. Die Fracht wurde aufgehalten. Bringen wir sie wieder in Bewegung. Rösser! Nein! Nein! Oh, scheiße. Hier muss irgendwo ein Teleporter sein. Oh, wir bringen den Wagen, ey, Leute. Wir müssen... Da ist einer, ne? Oh, fuck. Eine totische Investition. Oh, wisst ihr, ich dachte, wenn ich die Gift-Mini in ihm direkt reinballert, geht das vielleicht ganz gut ab. Ja. Ja, aber... Mit der Zeit gehört man... Ah, wie geht's! Alter! Du behinderter Losmo, Alter, Junge. Geh mal anders... Hinterlader, Alter. Ich mag das nicht, Mann. Scheiß Hinterlader, Junge. Geh mal anders. Oh. Festschneid. Oh, Mann. Froh, schreien, Junge. Ja, das war mal wieder ne... ne super high-end Froh-Runde von uns allen wieder. Die Leistung aller Top, ey. Ey, was ist denn das für ein Bastard, Alter? Das ist der Bogen... Oh, nee, ey. Leute, ernsthaft? Werden wir jetzt schon wieder von denen abgedrängt, Alter? Ja, wir werden natürlich wieder super zurückgedrängt, ey. Ernsthaft. Wieso muss auch ich immer in irgendeinen Scheiß-Team kommen? Was direkt... Ja, klar. Wie so ein Selbstzerstörer, Alter, oder was? Wir laufen nur viel hart drauf, Alter, oder was? Ja, gut. Mach ein Scharfschutzengewehr, Junge, Brustkopf, so wie den Schaden oder was. Normal, Alter. Ich schieße Leute auch mal mit einem Scharfschutzengewehr direkt im Brustkopf. Ja, hier. Los, muh. Komm mal her, du kriegst gleich auf die Fresse. Highlight des Spiels. Ja, Raphael hat kein Highlight gebracht, Mann. Ich war das Highlight, ey. Ja, gut. Ein Trübelkill. Ja, gut. Vier Kills in dem Kott. Diese Kündchen. Ja, eigentlich ist das schon ganz nett, ne? Ja, hier. Aber man müsste eigentlich ihm auch danken. Er hat einiges an Schaden, der reingekommen ist. Auf jeden Fall geblockt. Und das ist schon nicht schlecht. Drei Goldmedaillen, okay. Aber fünf hätten wir jetzt liken können, aber drei. Aber wahrscheinlich, ich habe ja selber nur Bronze gehabt, glaube ich. Nichts. Ich habe hier gar nichts, wie ihr seht. Ja, super, super, super geil, Leute. Ja, auf jeden Fall. Bedanke ich mich dann auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr keine Folge mehr natürlich verpassen wollt, drückt ihr einfach unten links auf Abonnieren. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Und ja, ein schönes Restwochenende. Euer Brocken. Ich bin raus. Haut da rein.